So, da bin ich wieder zurück. Willkommen zur neuen Folge The Long Dark of Czech It Zockt. Wir waren unterwegs in ein neues Gebiet, in dem wir noch nicht waren. Wir haben ein paar Stöcke noch mit. Wir haben jetzt auch ein bisschen Kapazitäten und Hunger. Gott sei Dank auch aktuell keinen. Ich wollte nämlich die ganze Zeit schon mal in die andere Richtung laufen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Minus 12 Grad haben wir aktuell. Das ist noch zu ertragen. Wir machen diesmal nicht den Fehler und zerlegen Zweige. Übernehme ich noch ein paar Stöcke mit, wenn wir welche brauchen. So, hier ist die Weggabelung, an der wir uns von links entschieden haben. Ganz zu Beginn des Spiels in der ersten Folge. Und ich würde jetzt einfach mal den rechten Weg laufen. Hier sind wir runtergekommen. Und wir wandern, wir wandern im Tal. Wir wandern durch die Berge. Ja, tun wir. Wir sind wieder Hütten. Und ich glaube, wir sind jetzt an der gleichen Stelle, an der wir... Es wäre also egal gewesen, in welche Richtung wir laufen. Also denke ich, haben wir keine andere Wahl, als dann mal hier den Rätselsee zu verlassen. Wir gehen jetzt hier rein und wärmen uns ganz kurz auf. Schlafen mal zwei Stunden. Wir trinken erst mal. Und ich würde dann... ...weiter in Richtung... ...Zügzugang vielleicht laufen. So, in diese Richtung da rüben, wo ich jetzt hinschaue. Jägerhütte und... ...Vielleicht kommen wir da in irgendeine Richtung weiter. Ich merke schon wieder, wie der Stream langsam nachgibt. Bis 18.30 Uhr am Samstag Nachmittagabend. Ich gehe davon aus, dass es daran liegt, dass wieder sehr viele Streamen werden und sehr viel los ist auf Twitch. Wir haben kein Zunder. Jetzt stellen wir uns mal ein bisschen Zunder her. 40% Chance, 60% Chance. Probieren wir wieder unser Glück. Das Feuer scheint zu laufen. Eine Minute, da dürfen wir uns bei 1.00 Uhr aufzuhören. Feuer. 2,5 Stunden Feuer. 2 Stunden Fischen, um mehr Fleisch zu kriegen. Ja. Wir haben wenigstens einmal einen Fisch rausbekommen. Schmelzen wir mal noch einen halben Liter Wasser. Oh, das reicht nicht. Scheiße. Okay, wir sind hungrig. Erstmal mal einen von den Fischen. Dann trinken wir noch einen Schluck. Müde sind wir auch, ich würde sagen. Wir laufen jetzt zurück zu unserer Hütte. Rüsten uns mal auf für einen längeren Fußmarsch. Wenn ich natürlich nicht schon wieder falsch laufen würde. Unfassbar, ich lerne es einfach nicht. Trotz des ständig gleichen Weges, in welche Richtung ich gehen muss. Bin ich jetzt schon wieder falsch gelaufen? Nein. Hier, das sind diese Schnee-Raufen. Hier sind wir heute. So. Fackeln müssten wir mal noch machen. Wenn wir wirklich länger unterwegs sein wollen. Wie viele Fackeln haben wir denn noch? Drei. Na gut. Das reicht uns vollkommen. Schlinge, Haken, Schnur, Angelzeug, Kaninchen. Gut. Klamotten können wir noch keine herstellen. Das heißt, hier brauchen wir uns gar keine Ambitionen machen, dass wir uns besser ausrüsten können. Viel schlimmer wird natürlich die Tatsache, dass wir wieder Holz haben und das Allerschlimmste wird sein, dass wir nichts zu essen haben. Ich weiß gerade nicht, wo ich hinlaufe. Ah, das ist die Treppe. Da ist die gleiche. Das heißt, wir müssen jetzt den rechten Ingel darüber laufen. Ich weiß, man sieht nichts. Tut mir leid. Aber. Na? Rufen? Also gut. Machen wir uns mal hier noch ein schönes Feierchen. In der Hoffnung, es funktioniert. Fearne, die Glocke ist jetzt alles gut aus metres. Wir machen hier einfach hin. So. Ist. Damit ist das eine Tatsache. Aber wir brauchen die Tatsache. Feuer hat funktioniert, eine Minute bleibt übrig. Wir hauen ein bisschen Holz rein. Machen wir uns mal die Lampe an. Eigentlich haben wir hier nichts unbedingt Wichtiges dabei, was wir jetzt dringend bräuchten. Das heißt, wir können ja jederzeit hierher zurückkehren. Hier mal den Kaffee mitnehmen noch, zweimal Tee. Und dann Kaffee kochen. Ein bisschen Tee kochen wir auch noch. So, und dann würde ich den Kaffee gleich trinken. Und einmal Fisch essen. Drei Teile machen wir da aus. Dann schlafen wir mal sechs Stunden. Hoffentlich reicht uns das. So, die Lampe machen wir wieder an. Durst. Durst haben wir etwas. Dann... Facklern. Ja. Ach, die können wir auch mitnehmen. Ja, cool. Dann begeben wir uns jetzt mal auf die große Reise. Wir waren weder krank bisher, noch haben wir Schmerzen gehabt. Noch haben wir ein Septikum gebraucht. Eigentlich echt gut. Finde ich. Kann sich sehen lassen. Kann sich sehen lassen. Wir treffen wieder Richtung Südzugang. 26 Grad Minus. Auf zwei Stücken Dicke weit. Wenn wir Glück haben, wird es dann wieder wärmer. Es sind das ja nicht passiert. Ach, zu windig ist es. Immer wenn diese Info kommt, da ist mein Streaming-Reifen. Ich nehme auch, dass ich den Wolf nicht in die Finger laufe. Jetzt sehen wir mal, dass es jetzt hier noch kälter wird oder so. Ich bin schon paranoid und denke, hier die ganze Zeit der Wolf kommt. Die Finger fühlen sich nicht mehr. Ich weiß, dass du kaltest. Ich weiß, dass du kaltest. Oh, scheiße. Viel Blut, ne? Scheiß drauf. Ach, der ist drauf. Ja, schön. Ich bin echt fit. Ich könnte nämlich nichts nehmen. Warum kann ich denn kein... Ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht anlegen. Warum kann ich hier den Verband nicht anlegen? Was muss ich hier drin machen? Ich kann nicht anlegen. 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 Ah, nein, schon wieder. Oh, was soll das verschwommen? Ich glaube, es ist nur ein Schmerzmittel. Man sieht es in Aufnahme. Ach, es ist unterkühlt. Warum kann ich denn jetzt hier nichts machen? Ich kann kein Lagerfeuer machen. Ich kann kein Lagerfeuer machen. Wir sind sowas von verloren. Wir haben verloren. Wir sind sowas von tot. Gut. Das war's. Das war's. Das war zu riskant am Ende. Wir sind verstorben. 20 entdeckte Orte. 25 mit Wölfen. Ja, ich würde sagen, ging besser. Das Tagebuch speichere ich mal, dann kann man das mit dem nächsten Mal vergleichen. Ja, ich würde sagen, das war's erstmal hier mit dieser Folge. Wir fangen beim nächsten Mal an und ich überlege mir in der Zeit noch, welche Karte es werden wird. Das weiß ich noch nicht so genau. Auf jeden Fall bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.